Noch immer nice, nice, nice Wurst Jetzt könnt ihr nachdenken, ein Platz ist noch frei Ja, aber dann müssen wir wohl drei Minuten warten gleich Na gut, dann müssen wir wohl drei Minuten warten gleich Dann geh pinkeln, Okoro Danke, ich wird Spaß haben Ich hoffe, dass Scarlett zuerst reinkommt Und Paul nicht gleich spielen muss Das wäre halt richtig RIP, ja Das wäre super RIP Oh Leute, es ist jemand gelieft Jetzt sind zwei Plätze Oh, wow Ah, fick mich doch Paul Paul Aber bitte lass ihn nicht in meinem Team sein Ah, ist in deinem Team, nice Ich haße dich Ja, dann würde ich schon mal sagen, das ist ein GG, oder? Ja, das ist schon ein bisschen sehr kacke Weißt du, das ist blau Ich werde trotzdem gewinnen, weil ich bin ein geiler Ficker Ist das hier schon der Anfang der Aufnahme? Nein Ich werde es trotzdem bestimmt irgendwie lustig reinschneiden So wie ich mich kenne Hohoho, meine Videos sind so lustig, so wie ich mich kenne Also habe ich legit ins Match gekriegt? Ja, jemand ist gelieft und ihr seid beide ins Match gekommen Bist du jetzt rausgeflogen worden? Das Spiel wurde nicht regelkonform beendet Wiederholt sich diesmal Diese mehrmals wirst du eventuell zeitweise von anderen Spielen ausgeschlossen Du hättest halt deine Switch mitnehmen können aus Klo Ja, oder halt warten können, um zu gucken, ob du in die Runde reinkommst oder nicht Ich bin cool Ihr seid... Ne, warte Ihr seid cool Ich bin Tentacool Und damit bekommst du eine neue Runde Splatoon Ja, das freut mich Wir spielen heute Splatoon Matches zusammen mit Scully Hi, der bin ich Und mit... Man kennt mich, ich bin ein bekannter Twitch-Partner Man kennt mich aus bekannten Serien wie... Kein Plan Wifi Battles oder auch... Ich töte Shiny Mulunk Man kennt mich aus bekannten Kalendern wie... Der Okoro-Kalender Der Okoro-Meme-Kalender Der Adventskalender Jetzt im Okoro-Meme-Shop Der Okoro-Meme-Shop Der Okoro-Meme-Shop Oh, wir spielen gegen Scarlet Wir spielen gegen Scarlet Oh, lol Ich würde dir einfach richtig nass machen Ey, nice, aber dann sehen wir bei uns verschiedene Sichten Ja, aber appreciate bitte, wie hässlich Scarlet aussieht Geh mal nach Hause, ich schau richtig hot aus, Alter Und du bist der Hotball Da würde ich gerne mal reinsmashen Ich bin die Scheißkappe, Alter In den Titan-Anus einmal smashen Oh, ich bin runter Warte, wie viel darf ich auf deinem Kanal denn sagen? Junge, bei mir ist... Holy Shit, Alter Da darfst du alles raushauen Ich hätte halt eher Angst, was ich bei dir sagen darf, Alter Bei mir, da ist schon... Holy Shit, da habe ich schon alles gedroppt Da ist schon alles... Ja, naja, Ficker, da habe ich schon gedroppt Ach, fick mich doch, in meinen Arschloch habe ich gedroppt Alter, bitte, der hat mich richtig hart in den Arschloch gedroppt Auf meinem Kanal gedroppt und ich bin nicht stolz drauf Ich bin da richtig stolz drauf, Holy Shit Hätte ich mal was in meinem Leben... Ich bin auch schon ziemlich stolz drauf, ja Oh, sei denn alle stolz, ich will auch stolz sein, Jungs Peng Oh, wer fickt mich da? Ich Ich habe Lidl gefickt Und ich liebe es Das freut mich Könntest du mir da eine Rezension da lassen? Für die, die meinen Splatoon 1-Part gesehen haben Die haben wahrscheinlich gesehen so, ja Der war halt so ein bisschen ruhiger, der Part Aber der hier... Ich muss mich mal kratzen Wenn man alleine aufnimmt, dann ist man auch ein bisschen ruhiger tatsächlich Das ist völlig normal, Mann Ich bin gerade so ein junger Gott Alter, Light Ich muss dir mal die Glühbirne ausknipsen Die musst du dunkel und nicht light Jungs Also... Appreciate mit dem nice Joke, den ich gedroppt habe Also, es gibt doch Grenzen auf meinem Kanal Du hast sie gerade überschritten Das ist gar nicht weggefickt Haha Alter, bitte Können wir nicht machen, ich bin richtig bad Du kannst mich da nicht in meinen Titan Anus ficken Ja, der ist echt richtig tight Ich mag deinen Titan Anus Easy, Mann, easy Hast du ihn gerade zurückgefickt? Nee, das war ein Lidl, Alter Nein, das war ein Lidl Das war ein Lidl Ich habe ein Lidl, die, Alter Das ist zwar ich Das ist mein Spawn, nicht dein Spawn Ich bin gestorben Aber Lidl hat mich auch gefickt Ja, und er hat es genossen Mit dem Tentakeck-Klexer Tentakeck Tentakeck Warum machten die das an unserem Spawn? Ich finde das gemein Ich finde das auch ziemlich gemein Aber wir sind auch an dem Spawn gewesen Also, alles gut Könnt ihr mal bitte aufhören, gut zu sein Ich finde das echt ziemlich gemein Ich will bloß ein bisschen nerven Wie die Kids bei Call of Duty Aha, aha Besser als ihr geht Nicht wissen kann Ich bin XP allergetisch Der fette Block bei Tetris XP allergetisch Und ihr seid rein Wer mag den fetten Block bei Tetris bitte nicht Der fuckt doch nicht ab Ja, ab und zu fuckt er schon ab Also, es kommt halt drauf an Nein, der fette Block ist so viel Es kommt halt drauf an, wie dein Matchup gerade ist Nein, der fette Block ist Ich bin Tetris, Alter, geh mal nach Hause Ich würde gerne mal in den fette Block reinlösen Wer springt da gerade zu mir Der sollte da besser nicht hinspringen Ne, ich spring da schon ziemlich hin Ah, es war leid Easy Fuck Das ist gar nicht, hab ich weggebumst in meinen Titan-Anus Weil ich geil bin Unser ganzes Team ist tot Ja, ohne Witz hier verlieren Das ist, wir waren so gut die ganze Zeit Jetzt sterben wir alle Ja Ja, weil ich geil bin Ne, das glaube ich ja wenigstens Das war die Grüße von meinem Part Ja Warum? Warum war es das? Weil ich es lustig fand, Mann Würde nicht so frei Warum war das die Begrüßung? Loll, bitte Als hab ich den echt nicht Nooo Alter, wir verlieren das halt wirklich Das ist so sad Easy, Nibber Ich glaube, wir haben dann noch eine Chance Doch, wir haben verloren Geh mal nach Hause Oh, es wird, glaube ich, echt los Nein, wir haben verloren Komm, bitte Ich hab so hart rum gejisst Oh, lol Fuck Ja, ich bin geil Man muss halt den Jiss abbrechen Fick doch meinen Arsch Aber ich bin erster, oder? Dritter? Egal Loll, dritter? Wie kacke Ey, du bist zweiter Ja, aber du bist zweiter Ja, aber ich bin stolzer Hurensohn, Alter Hä, nein, lieber Hurensohn Nein, lieber stolzer Hurensohn als Hurensohn Hä? Nein Doch, ich bin stolzer Hurensohn Ah, ein Koreaner Oder Japaner Ich glaube, die gibt's hier nicht Ne, das ist Japaner Ich dachte, das ist national Safe Du hast mir erzählt, das gibt's hier nicht, Timo Ja, hab ich gedacht Weil in Splatoon 1 Da wurdest du immer mit den Japanern gerankt Und hier ist es der erste Japaner Oder das ist irgendein Weep Ja, das ist safe irgendein Weep Ja, das ist safe Ohaiooo Oh, nein Team Scheiße Richtig gut Team Scheiße, go Aber wir sind gegen den Japaner Ist das jetzt schlecht? Ich wette, der Asiater hat sich einfach nur verehrt Diese Jungs, mein Gott Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Warum sind alle so scheiße? Der ist gleich schon so an unserer Base Hä, was passiert hier? Hallo Wo ist denn der Rest meines Teams? Was ist hier los? Gegner Team Scheiße Team Scheiße Junge, der hat noch nicht Team Scheiße gesehen Der wird auseinandergefickt Team Scheiße ist halt echt ziemlich scheiße Holy Shit Scheiße gut So scheiße, dass er verwirrt sein wird Was hier eigentlich abgeht Und dann kocken wir richtig hart weg Ja Die Japaner, die kann man easy wegkocken Oh, geh weg mit euren Laser Oh, da ist ein fetter Gistral Paul steht da noch nicht drin Ja Ohhhh Er hat mich getroffen Und das war wirklich der Asiater Der Wapazzi hat mich getötet Der ist auch wie Wapazzi Der Arigato hat mich getötet Hacke Hacke Na gut Der ist ja richtig Hacke Oh Scheiße War aber der Japaner Wir kriegen halt echt übel aufs Maul Ja, ist ja auch ein Japaner Und Lidl Und Lidl Lidl fuck mich die ganze Zeit Der ist echt so, oder? Der krieg ich den Lidl nicht bad Ja Ja Du bist bad Nein, ich hab Lidl schon so häufig gekillt Ich hab den Lidl schon so oft getötet Ich hab deinen Lidl Dick schon so oft getötet Junge, mein Lidl Dick Der ist riesig Was machen die denn hier wieder bei uns am Spawn Verpiss dich Wer auch immer du bist Verpiss dich einfach Keiner mag dich Niemand Das ist echt traurig Ich hoffe es ist kein Zuschauer von dir Wapazzi, Alter Verpiss dich doch Bitte sei kein Zuschauer Fuck Wenn du doch ein Zuschauer bist Wenn du doch ein Zuschauer bist Lidl hat mich getötet Aber wapiss dich trotzdem Wer heißt Lidl, Alter? Alter, verpiss dich doch Pazzi Der Japaner ist richtig hart, der Japaner Wer ist bei uns am Spawn, der Japaner? Safe, oder? Ne, wapazzi war das gerade Aber wapazzi klingt auch so unliebig Wapuzzi, Alter Wapuzzi ist süß Stimmt Wapuzzi ist echt süß, ja Alter, verpiss euch doch G und Karton Weg Karton Achtung, da ist der Gisstrahl Easy Wo kam der her? Oh fuck, 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 fuck Oh fuck Ich merke jetzt erst Was ist das bitte für ein OP, Dude? Der Japaner Der G und Ki-Karton Kartoffeltom Alter, komm auf zu fliegen Ich bin gerade richtig bad Ich verstehs nicht Ich auch Ich auch, das ist Japaner Nur 570 Ich hab eigentlich immer 1000 Ja Ist halt echt so Ja ich auch Nur 674 Das ist wohl ne Scheiße Kein Bonner auf das Spiel Easy, alter Lidl Einfach den D weggesmashed So, schwimm einfach weg und mach Punkte Dann krieg ich wenigstens ein bisschen Erfahrung Schreiber ist meine Zeit vorbei in Splatoon Spaß Ja, solltest aufhören Ich sollte dir eSport an den Nagel bringen Kannst du nix machen, du kannst einfach nicht auf einem Level mit Japanern sein Junge Sonst war ich immer auf einem Level mit Wer hat mich getötet? Lidl Du mal Immer auf einem Level mit denen, die mich getötet haben Ey, Lidl is so easy Ey Loll Unser ganzes Spawn ist pink Das komplette Feld ist pink Das ist alles richtig RIP Oh, fick mich doch Gerne Ja, ich hab keine Tinte, fuck Ja, das haben wir super hart verloren, holy shit Aber immerhin war Putzzi nochmal weggekockt War Putzzi Verpatzi, da hat immer Spaß Bitte Sei kein Richtig, richtig sad einfach Alter Das war halt super bad Das ist 90% zu 10 Da war doch jemand bei uns AFK, oder? Ja, könnte knapp werden Der Einte war doch AFK, oder? Weiß ich nicht, sehen wir das jetzt gleich? Der Light Ja, sehen wir Wenn er null Punkte hat, dann war er AFK Fick mich doch Als ob der war einfach nur richtig bad Ja, okay, ich hab nicht mehr Punkte Timo, da bist du wohl Zweiter Die Frage ist, wie lange dauert es jetzt noch, bis wir jemanden finden Und hole ich mir jetzt noch einen Acti Jetzt Ich kann mir noch ein Acti-Mail holen Ja, man darf nur ein Acti-Mail pro Tag trinken Sonst ist man zu overpowered Ja, aber ich bin auch overpowered Ich brauch den Sub, weißt du? Ich dope mich Beim Splatoon-Spielen Alter, da bist du viel zu aktiv Das kannst du nicht bringen Ah, scheiße, Scarlet ist bei den fucking Japaner Aber gleich Scarlet den Japaner wieder aus, ist die Frage Nein Mann, ich verstärke die Japaner, weil ich einfach richtig den großen D hab Weil du übelst der Weep bist Ich hab die Map noch gar nicht Weil du ein SAO-Poster in deinem Zimmer Ich liebe sein Weep zu sein Verdammt Verdammt Das sieht so relativ neu aus Die hab ich glaub ich noch nie gesehen Bitte Was hab ich da für ne Kacke zusammengespielt Können wir bitte die Lobby wechseln oder so Und die kocken uns halt richtig weg Hey du, ihr habt sogar den Japaner Ja, aber die kocken mich weg Ich glaub dieser G und Kate Aber wir sind in dem Gegner-Team Kommen bitte die Lobby wechseln Ich will aber nicht, dass ihr im Gegner-Team seid Ah Ist richtig selbst Ihr rettet mich Timo, rettet mich Ich versuch's doch Oh fuck, da kam Scarlet Während ich versucht hab den Gis unter meinen Füßen wegzumachen Ja, ich bin weggerannt Ja, den Gis unter meinen Füßen wegmachen Weißt du, du sagst Ey, rette mich, ey, da rette ich dich und dann verpisse dich Ja, du sagst einfach, dass du so gut bist Ja, komm, Nummer 31er Ja, ich weiß, aber ich steh dazu Nummer 42er Mit Milch Ne, 42er mit Milch hat er nicht verdient Ja, das stimmt Nein, ihr sind zu viele Der schmeckt lecker Aber ich glaub Opodo schmeckt auch lecker Nicht? Ah, das ist zu viele Könnte aber schon so einen relativ süßen Geschmack haben Er hat echt einen süßen Geschmack Mit einer herben Note, weißt du? Zu viele Da hat mir jemand direkt ins Gesicht getisst Geil Ich muss häufiger mit der Bewegungssteuerung zielen Das ist nämlich richtig gut Ja, alles klar Das war doch nicht so gut Das war ein ziemlich episches One-on-One gerade, ne? Ja, das war richtig kacke Ich hatte nichts anderes gezielt Ja, war ziemlich kacke Was soll ich sagen? Ich mein, das war richtig episch Holy shit War ein richtig epischer Feind Ja, war richtig kacke Der Japaner mit seiner Kack-Dings-Waffe, ey Ah, Mann Alter, easy, ich hab euch beide weggegisst Skade hat uns beide gekillt Hat Skade uns beide gekillt? Ja Das schneiden wir raus Ich hab immer noch die Macht über mein Video Klippt das mal bitte jemand und schickt das uns auf Twitter an Dankeschön So funktioniert das auch, oder? Nee, auf YouTube nicht, sorry Da wollte ich mich leider enttäuschen Egal, Mann Dann lade ich's auf Twitch hoch und dann kann das jemand klippen und auf Twitter hochladen Danke Bitte Ach Skade, komm Darf ich dich nicht einmal töten, bitte? Nee, darfst du nicht Dieser G und K Tom, der ist halt echt gut Ich glaube, der ist sogar besser als der Japaner Ich werte, das sind zwei Personen Das ist einfach G und K Tom Die teilen sich den Controller Und Tom Und Tom, Alter, drei Stück Deswegen ist das gut Und deren Dicks Aber immerhin hab ich die tausend Punkte wieder erreicht Meinst du, die kreuzen deren Dicks? Ach, fuck, ey Gerne Dummer Asiate Gerne Nichts gegen Asiaten, aber der nervt mich Fuck Also, normalerweise liebe ich Asiaten, ich bin zwar nicht rassistisch, aber Aber Der, der geht gar nicht Gewinnen wir das? Ja Ja, leider Ach, come on, Lil Lil Hurensohn Young Hurensohn Gewinnen wir das? Ja Ja Echt? Geil Könnte knapp werden Echt? Alter, richtig hart weggebummst War ja easy Ja, dann mach doch nicht so scheinheilig Oh, gewinnen wir das noch? Könnte knappen Könnte knappen Wo ist denn das? Ah, G und K Tom Ey, ich war besser als der Japaner? Die waren ja richtig kacke dann Alter, ich hatte zwei Punkte Unterschied zu G Was ist das für ein schlechter Japaner? Ich hab einen großen Dick Siehst du das zum Beispiel? Schneide ich jetzt wieder rein Ja, schon ziemlich lustig, ja Alter, der Cookie J Cookie J Punkt Alter, einfach noch ein Punkt dahinter Wisst ihr, was mich richtig abfuckt? Ich hasse Leute, die normalerweise nicht mit Satzzeichen schreiben Und dann, wenn sie serious wirken wollen, schreiben sie am Ende einen Punkt Kriege ich Supercancer Paul ist auch so jemand Ja, aber das macht halt Sinn Nein Weil dann zeigst du so Alter, Punkt Nein Da denk ich mir, du schreibst nie einen Punkt Fick dich Ja, das ist halt eine Message, die du vermittelst damit Ja, aber für mich ist die Person dann nur ein lächerlicher Hurensohn Ja, aber du willst die Person ja damit abfacken Hast du mich gar einen lächerlichen Hurensohn genannt? Nein, ich liebe dich, Paul Das macht Paul immer Für mich ist er ein lächerlicher Hurensohn Nee, mich packt das ja nicht ab Ich find's dann... Ey, wann mach ich das denn? Du hast das schon mal gemacht Ah, das ist schon eine Weile her Ja, das ist schon mal gemacht Du hast mich im Kindergarten, da hast du mir mal den Lolli geklaut Was hast du mir mal den Lolli geklaut? Ja, den Lolli geklaut Achso, ja, den Lolli geklaut, sag ich das Ähm... Ne, auf jeden Fall Der Lolli geklaut wurde Ich find das eher lächerlich Hä, nein Ich hab mir den Lolli geklaut Du bist lächerlich Alter, du kannst doch nicht anderen Leuten den Lolli klauen Junge, da kenn ich nichts Bist du denn wahnsinnig? Ach, Cookie J Punkt Das ist ja völlig verrückt Alter, bitte Da kommt einfach der Roller von hinten Und... Der Loni, alter Loni 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 Tunes Es ist Tune Es ist Tune Es ist Tune Ich mach die besten Cartoons im Land Loni macht er wirklich Ne, stimmt doch gar nicht Disney war immer der Shit Bitte, Paul Schade Na, Loni Tunes waren schon super sick Die waren schon ziemlich nice eigentlich, ja Back with the Disney Channel Flow It's every day, bro I'm in the air, bro Fickt England is my city Fuck And I am started Dieser G&K Tom Der ist halt super gut Ja, ich liebe den Der ist in meinem Team Das ist richtig hart der Boy Ist halt echt sau der Boy Vielleicht auch ein Geil Aber Tom ist schon ziemlich männlich Aber vielleicht doch ein bisschen der Boy Ja, aber G&K Boy Der G&K steht für Girl und Kacke Kartoffeln Geil und kacke Kartoffeln Für Girl und Kartoffeln Ja, aber Kartoffeln steht für Boy Achso Ist das so? Ja, Kartoffeln war ja Ist das ein Synonym? Same thing Easy Bitte Timo Ach, Scali mit meiner Bombe weggefickt Dein Gesicht ficke ich gleich weg Geil Total dran Geil Steht heute dran Ah, schönes 101 mit Cookie J Schönes 101 Cookie J Punkt Wenn ich bin darf Cookie J Punkt Fehlt noch so Funging hier jemand Ah, die gehen nach dem Gefahr Ich hasse dich Ich bin so ein junger Gott Was ist gerade los mit mir? Ich bin übel so an Feier Du bist Oh, oh, oh Eine junge Kartoffel Oh, ich hab G&K Tom in 101 besiegt Alter, was ist gerade los mit mir? Holy shit Oh, was ist denn los mit mir? Wie kann er mit dem scheiß Roller so gut sein? Ich war richtig kacke mit dem Roller Das muss er am Roller gelegen haben Fuck, hä? Da war keine Bombe Bitte, wo kann ich ihm meinen Roller austauschen? Alter, Cookie J Punkt Oh, schön gemacht Oh, schön gemacht Bitte Hat jeder angefangen Geil Aber ich hab dich getötet Darum gehts Easy Thanks for tutorial Thanks for tutorial, mate Gut, das war die vierte Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Werde Da Ich hab erst verstanden Das schneiden wir raus Das schneiden wir raus Tschüss Ich hoffe es hat euch gefallen Tschüss Timo ist kacke Ja Ja